Wie viel Streifen hat ein Zebra, woher kommen wir, wohin gehen wir? Stehen die Ampeln mehr auf Rot oder auf Grün? Ich setz mich auf die Bank vor Ingeborgstrafik. Ich hab so viel zu zerdenken und ein Kopf, der zu viel wiegt. Und ich warte hier, ich warte hier. Ich glaub, ich werd hier abgehoben. Und das ist eh okay, das ist eh okay. Es war auch wirklich sehr viel los. Und jetzt warte ich hier auf mich. Vor und nach dem großen Zirkus legt man auf mit sich allein. Im Bett, in dem Hotel. Liegt auf dem alten Glanz ne zarte Schicht auf Stau und Dreck. Nach 200 Kilometer, also früher oder später, geh ich zu dir und kauf mal wieder ein paar Chicken. Ich setz mich auf die Bank vor Ingeborgstrafik. Ich hab so viel zu zerdenken und mein Kopf, der zu viel wiegt. Und ich warte hier, ich warte hier. Ich glaub, ich glaub, ich werd hier abgehoben. Und das ist eh okay, das ist eh okay. Es war auch wirklich sehr viel los. Und jetzt warte ich hier. Jetzt steht sie neben mir und sagt, es ist schon spät. Und das ist eh okay, das ist eh okay. Und jetzt warte ich hier. Ich bin wirklich sehr viel los. Und jetzt warte ich hier auf mich.